Leute, Wahnsinn! Hör mal, ich war gestern Abend im Emsland. Kennt ihr das Emsland? Furchtbar. Im Emsland siehst du eine jahrhundertlange Inzucht hat seinen Preis. Das war entsetzlich. Da hat keiner gelacht. Der einzige Gelachter war ein 8. Jahr Junge und der Bautisten. Der sitzt einer in der ersten Reihe, so wie du. Der guckt den ganzen Abend so an. Du spielst ihn an, versuchst winzig zu sein, den ganzen Abend. Nach zwei Stunden macht der Mund auf den X-Ei-Tasten. Da hat er gegangt. Nach der Show kommt der Typ zu mir, sagt, ich hab mich bepisst vor Lachen. Ja super! anche 않 快 25e 30 13 15 16